Moin Moin, ich bin's, euer Flatti. Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist jetzt gerade Samstagvormittag und ich bin jetzt gerade draußen. Der Natururin ist immer noch bei mir zu Besuch. Ich habe ihn alleine in der Wohnung gelassen, denn ich möchte ihn heute überraschen, denn ich werde für ihn Wegkühler kaufen. Ich bin gespannt, wie seine Reaktion sein wird. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Wie ihr seht, habe ich drei Träger Wegkühler gekauft und zwei Red Bull. Die Red Bulls sind für mich, die Wegkühler sind für Natururin. So, ich bin gleich in meiner Wohnung angekommen. Ich bin gespannt, ob der Natururin noch schläft oder schon wach ist. Und ich bin auch gespannt, wie er auf seine Überraschung reagieren wird. So, ich bin jetzt in der Wohnung angekommen. So, wie es aussieht, schläft Natururin noch, denn die Tür ist noch geschlossen. Das ist sehr gut. Dann stelle ich das mal gleich schnell alles aus dem Pult hin. Hier seht ihr noch einen weiteren Träger Wegkühler. So, ich habe die drei Träger Wegkühler, die ich gekauft habe, jetzt auf meinen Pult gestellt. Wenn er die Tür öffnet, dann wird sofort sein Blick auf die Wegkühler fallen. Und da bin ich echt auf die Reaktion gespannt. So, der Natururin kommt jetzt raus. Guck mal, was ich für dich gekauft habe. Bier. Ja. Ich bin davon besoffen von gestern. Und was sagst du zu deiner Überraschung, dass ich dir drei Träger Wegkühler gekauft habe? Bier trinken. Ja. Also heute können wir doch mal richtig Bier trinken. Ja. Ich muss erst mal fliegen. Mach das. Hoi. Ich habe gerade Urin gemacht. Bier. Vielen Dank. Gern geschehen. Endlich wieder Bier trinken. Dir gab es ein Restbesoffenes von gestern wegmachen. Mit Bier wegtrinken. Und darauf erst halt Bier trinken. Gebrost. Gebrost. So. Die Überraschung scheint mir gelungen zu sein. Das war's jetzt auch mit meinem Video. Ich hoffe, euch hat es unterhalten. Und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, wartet noch. Oh. Bis zum nächsten Mal.